die dhv news vom 8 april 2022 karl sein ministerium hat sich bewegt dhv wichtige eckpunkte für die cannabis legalisierung herzlich willkommen bei den dhv news nächste woche gibt es keine news das schon mal vorweg nicht das nächste woche wieder tausende von leuten da freitag namen das da sitzen völlig verzweifeln nächste woche haben wir keine news kommt ab und zu mal vor wegen urlaub und so weiter diesmal ist nicht mein urlaub jetzt könnt ihr ewig raten aber ich will ja auch nicht zu viel persönliche daten preis geben also nächste woche keine news und für alle die die tatsächlich immer da warten und an den fingernägeln knapp an wenn um 20 nach vier noch keine news hochgeladen sind wir haben da ab und zu jetzt mal ein bisschen verspätung ihr habt vielleicht mitgekriegt dass wir das timing ein bisschen verändert haben hier bei der produktion das hat den nachteil dass wir später drehen und dadurch auch nicht immer rechtzeitig fertig sind aber dafür besser recherchiert ich hier ankomme sozusagen besser vorbereitet und im zweifelsfall ein paar interessante nachrichten dabei sind die ihr sonst nicht gekriegt hättet hier also kann schon mal sein hat ein ticken später wird nicht wundern dann noch ein hinweis auf einen live stream am 20 4 weil ja eben die nächste ausgabe hier nicht stattfindet sind wir schon am fort 20 day vorbei wenn die nächsten news hier erscheinen und da feiern wir mit einem live stream 20 jahre dhv nämlich im april vor 20 jahren ist er dhv gegründet worden ich unmittelbar danach dazugekommen und seitdem hier zugange sozusagen und dafür machen wir ein live stream ein bisschen verrückblicke paar tv schnipsel von damals und so guck mal rein ein stündchen machen wir von 19 bis 20 uhr am fort 20 day 20 vierter und danach ist noch eine live sendung der jusos ja da haben wir mit denen abgesprochen okay die machen wir später dafür machen wir pünktlich schluss und dann können wir alle zusammen bei jusos weiter gucken außerdem der letzte aufruf hier jetzt sofort 20 day demo am 20 vierten in berlin mit vielen künstlern die musik machen und richter müller und dem ja smoke in mit attrappen vor der spd zentrale oder so ähnlich jedenfalls auch demo vor der spd zentrale um 20 nach vier da steht zündung im programm und dann noch mal der hinweis auf die globe marihuana marsch demos der für die leute denen halte berlin auf weit weit weg ist jetzt damit in der woche und so am anfang mai am 7 mai genau genommen sind die meisten demos sind in etlichen deutschen städten aktionen ja wo ihr herzlich willkommen seid wo ihr hingehen müsst genau genommen ja um die legalisierung durchzusetzen weil wenn da keiner hingeht ist hat keiner da und das ist blöd insofern geht dahin ihr könnt euch erkundigen wo demos sind auf gmm minus deutschland.de da stehen noch nicht ganz alle drauf ein paar nachzügler gibt es glaube ich noch aber ihr findet auch schon etliche städte die fertig angemeldet sind letzte vorbemerkung wir haben ein treffen gehabt gestern mit artes göppina von den linken bundestagsfraktionen drogenpolitischer sprecher damit haben wir alle vier einigermaßen mehr oder weniger cannabis freundlichen parteien liegeleis freundlichen parteien im bundestag durch ja kennengelernt wieder die neuen leute die da jetzt sitzen und zuständig sind und eben auch die alten noch mal getroffen und ja jetzt geht es eben in die nächsten runden sozusagen und die tief vertiefenden gespräche kennenlernerei ist erledigt und auch artes göppina können wir euch hoffentlich hier demnächst mit einem interview im kanal mal allen vorstellen so karl sein ministerium hat sich bewegt genau nach unserer aktion mit hashtag karl am zug erinnert euch vielleicht an den letzten ausgaben habe ich davon berichtet viele von euch haben sicher mitgemacht auch und und wir hatten halt das problem dass wir keine bewegung im gesundheitsministerium gesehen haben das ministerium ist ja zuständig für die legalisierung und eben in der rechtsabteilung hat man den eindruck passiert nicht viel jetzt sind stellen ausgeschrieben worden im gesundheitsministerium eine davon als persönlicher referent für burkhard blinert ganz offensichtlich drogenpolitik aber das war gar nicht unser anliegen weil blinert ja seine arbeit seinen job macht ja politische koordination diskussion wie legalisiert werden soll macht er ja redet mit presse und so weiter wenn auch noch nicht so arg detailliert ja aber ich meine ist auf jeden fall dabei und die anderen abteilungen sind interessant und da gibt es auch jetzt ausschreibungen zwar eine insbesondere die sich befasst mit der internationalen koordination der drogenpolitik sozusagen weil man hört ja jetzt auch immer das problematisch mit europarecht wir müssen halt mit den anderen irgendwie verhandeln und so weiter und jetzt stellt das bmg halt jemand ein der dafür zuständig ist ja also insofern ein bisschen bewegung sieht man da jetzt endlich nach unserer ganzen protestiererei ob das jetzt eine tatsächlich eine reaktion ist auf unsere aktion karl am zug und so weiß ich nicht kann ich nicht sagen aber immerhin man sieht auf jeden fall ein erstes anzeichen dass das gesundheitsministerium auch außerhalb der blinert abteilung da jetzt mal aktiv wird leute einstellt ja dann kann man davon ausgehen hat passiert außerdem sucht das ministerium auf mehrere volljuristen ja auch die können eine rolle spielen auch wenn denn ausschreibungen jetzt nicht direkt was von von cannabis und drogenpolitik die rede ist aber ja wenn die einmal beamte da sitzen ja dann bleiben die auch da sitzen da kann man nicht wieder rausschmeißen wenn cannabis legalisiert ist die müssen was anderes können insofern ist das ein bisschen allgemeiner mit den ausschreibungen könnte aber trotzdem relevant sein so und jetzt zum nächsten punkt zum größten punkt zu dem punkt die eckpunkte das ist das wichtigste was wir diesen monat gemacht haben machen werden wie auch immer unsere eckpunkte sind online unsere vorschläge wie die legalisierung von cannabis aussehen sollte ich habe euch ja hier auch den news schon immer wieder gefragt seit die ampel da am regieren ist sozusagen und klar ist sie wollen legalisieren nach allen möglichen details ja wie wie ihr darüber so denkt wie die ausbildung von cannabis fachverkäufern aussehen sollte nachdem justizminister buschmann gesagt hat die sollten süchtiger kennen und dann irgendwie handeln wir haben über thc obergrenzen hier gequatscht und ihr habt kommentiert oder apotheken als verkaufsstellen das richtige ist sind ja oder ob wir uns nur auf fachgeschäfte beziehen sollten oder ob das gemüse ist im supermarkt gut aufgehoben oder hier der live stream mit winz und sanagora community wo wir die ganzen details besprochen haben wie man den anbau eigenanbau regulieren könnte all das ist eben so sind aspekte die in unseren eckpunkten jetzt vorgestellt werden wie wir uns das vorstellen die wichtigsten eckpfeiler waren ja immer schon klar stehen auch schon seit monaten auf unserer seite eine schnelle entkriminalisierung sowieso das thema jetzt im moment erst mal von anfang führerschein eigenanbau und amnestie na das sind die punkte wo von vornherein gesagt haben klar da muss was passieren aber jetzt eben die ganzen vielen details die auch wichtig sind insbesondere für konsumenten so hat wie welche angaben müssen auf den verpackungen drauf sein ja da man da als konsument auch vernünftig was mit anfangen kann oder was muss bei der angekündigten evaluierung beachtet werden die auswirkungen der legalisierung nach vier jahren steht ja im koalitionsvertrag dass das untersucht werden soll auch dazu haben wir ein bisschen was geschrieben vorschläge gemacht viele dieser fragen haben wir klar beantwortet manches haben aber auch ganz bewusst offen gelassen für die kommende diskussion da wollen wir nämlich feedback von euch haben und auf der anderen seite ist das ganze papier auch dazu gedacht ja grundlage unserer lobbyarbeit zu sein wir sind ja da jetzt im gespräch mit den ganzen politikern und wir werden wahrscheinlich auch anhörungen kommen wo wir mit dabei sind ja hoffe ich jedenfalls wäre war ja die letzten jahre jedenfalls immer so wir werden uns da einbringen und wir verstehen uns eben als interessenvertretung von cannabis konsumenten und privaten legalisierungsbefürwortern und insofern ist natürlich jetzt auch euer konstruktives feedback ausdrücklich gewünscht ja ist wichtig was ihr davon haltet von unseren vorschlägen und wir gehen auf jeden fall also eh davon aus hat hat ganze noch mal sich verändert diese diese eckpunkte papier präziser wird mehr details dazu kommen ja wenn ihr noch sachen habt wo ihr sagt da muss aber unbedingt da dritt rein ja die ersten impulse in die richtung haben wir schon also die erste überarbeitung wird auf jeden fall nicht ewig auf sich warten lassen und wenn ihr da wirklich konstruktiv was ernsthaftes dazu beitragen wollt ja was wirklich auf jeden fall beachtet werden soll dann macht ihr den kommentar am besten auch auf unserer homepage handverband.de unter direkt unter dem eckpunktepapier damit das eben nicht unter tausenden kommentaren verloren geht ansonsten natürlich gerne auch zusätzlich hier rein oder nur hier wenn hat jetzt nur irgendwie so wenn er sagt komm da denkt ihr eh dran oder was weiß ich außerdem sind diese eckpunkte die grundlage des programms der kommenden cannabis normal konferenz die wir vorhaben wir haben ja jetzt ein paar jahre pause gehabt 2017 18 haben wir schon mal eine konferenz gemacht cannabis normal konferenz und da geht es diesmal ausschließlich um diese ganzen details der legalisierung und darum eure meinung abzufragen also noch weniger als sonst wird das jetzt nur so vortrags basiert sein wir haben fragestunde aber immer schon danach gehabt aber diesmal hat das hauptsächlich den sinn eure meinung zu diesen ganzen punkten zu erfragen darüber zu diskutieren das wird also mehr auch richtung moderierte diskussion gehen mit euch und das ist eine einmalige gelegenheit kann ich nur sagen ja sowas gibt es sonst nicht das macht sonst keiner ja und auch selbst wir machen das wahrscheinlich nur jetzt einmal jedenfalls hoffentlich ja wenn das jetzt alles so klappt mit dem zeitplan richtung legalisierung dann brauchen wir das nächstes jahr nicht mehr dann sind wir ja schon fast fertig sozusagen mit den mit den grundlagen des gesetzes also einmalige gelegenheit kommt vorbei hört euch die diskussionen an ja oder wenn ihr bestimmte sachen habt die euch wichtig sind bringt die dann da ein und dann könnt ihr eben auch gleichzeitig noch ein paar gleichgesinnte treffen und mit diskutieren ticketverkauf ist angelaufen ja programm steht noch nicht auf der seite da machen wir jetzt nach und nach auf grundlage dieser eckpunkte holen euch ein paar celebrities dazu jahren auf dem fachleute auch da sitzen die plan vom thema haben jedenfalls könnt ihr euch die tickets schon sichern und ich bin auch sicher dass viele die auf den konferenzen 2017 18 dabei waren die wissen wie das läuft die tickets blind kaufen auch ohne programm ja die sagen also das wird sowieso wieder super interessant ja ansonsten ist da noch ein bisschen warten aber die bird preise laufen auch noch ein bisschen ja nur haben wir natürlich keine tausend plätze auf der konferenz frei von daher vielleicht sogar irgendwann ausverkauft werden mal sehen und feiern tun wir natürlich auch ja weil feiern ist sowieso immer gut ja das hat ja nichts das ist gesund außerdem eben 20 jahre dhv schreiben wir noch ein bisschen über den eingang ja dann feiern wir dann auch gleich noch mit wunderbar feierei samstagabend für freitagabend auf der konferenz haben wir schon ein programm punkt auf fest nämlich die traditionelle diskussionsrunde mit den drogenpolitischen sprechern im bundestag die haben auch schon die ampel leute haben schon alle zugesagt die kommen freitagabend 20 uhr da noch ein kleiner empfang nur nicht so lang weil samstag brauchen wir ja euren kopf noch also guckt auf cannabis normal de und besorgt euch schon mal eure tickets dann sind wir überrascht worden diese woche von der polizeilichen kriminalstatistik da werden wir immer überrascht ja da gibt es ja auch kein konkretes datum wo das immer veröffentlicht wird sondern das kommt halt irgendwann kommt die nachricht und dann ist hier hektik angesagt und braucht man einen artikel dazu weil einmal im jahr sind diese daten eben genau dieser gradmesser für die frage wie hoch der verfolgungsdruck der polizei gegenüber cannabis und cannabis konsumenten so ist weil es handelt sich um kontrolldelikte das wird nicht angezeigt ja das heißt jetzt auch nicht dass unbedingt mehr gekifft wird oder so wenn da die zahlen steigen sondern dass die polizei mehr kontrolliert hat und mehr die leute gejagt hat weil da gibt keine anzeigen dazu in der regel ja weil niemand geschädigt wird von kauf und verkauf von cannabis von daher muss die polizei sich die täter täter straftäter aktiv suchen also repressionsgrad messer und seit vielen jahren sind dabei schlechte nachrichten rausgekommen wenn wir dann diesen artikel geschrieben haben weil die zahlen ständig gestiegen sind immer neue rekorde jedes jahr neuer rekord und über 80 prozent der verfahren richten sich gegen einfache konsumenten also jetzt nicht dealer oder so ja war das besitzeinfuhr geringer mengen anbau geringer mengen und so weiter zu tun hat wo kein handel im spiel ist einfache konsumenten über 80 prozent das hat uns zum beispiel auch inspiriert zu unserem spot hier dem meisten zwischen den news hier schon gesehen alle drei minuten also alle drei minuten wird in deutschland ein strafverfahren gegen einen cannabis konsumenten eröffnet und das sind halt wirklich gewaltige zahlen da sind wir auch im internationalen vergleich schon mächtig repressiv unterwegs und deswegen sind wir eben auch so sehr dafür die konsumenten schnell zu entkriminalisieren wenn jetzt jahrelang noch über die details der legalisierung gestritten wird ja damit man da diese hunderttausenden von fällen schon mal los ist dieses jahr haben wir was positiveres zu vermelden nämlich ein rückgang zum ersten mal seit elf jahren ist die zahl der strafverfahren in deutschland im zusammenhang mit cannabis gesunken und es gibt jetzt insgesamt noch 222.108 von denen strafverfahren wegen cannabis immer noch viel zu viele aber 2,7 prozent weniger als im vorjahr und die zahl der konsumbezogenen strafverfahren ist noch deutlicher gesunken um 3,9 prozent auf 181.000 und der anteil der konsumenten ist dadurch natürlich dann hat sich auch verändert das sind jetzt nicht mehr 83 knapp 83 prozent wie 2020 noch sondern waren 2021 dann nur noch nur noch 81 prozent auch immer noch viel zu viel jetzt muss man natürlich dazu sagen dass diese ganzen zahlen aus pandemie zeiten stammen also auch bei der beim 2020 rekord war die kurve schon was abgeflacht ging zwar noch bergauf aber nicht mehr so stark wie in den jahren davor war das war eben auch lockdown die polizei muss irgendwelche leute anquatschen die trotz lockdown rumgelaufen sind und oder ohne maske im park rumsitzen hatten die einfach was zu tun manchmal sind dabei vielleicht auch gerade dabei kiefer aufgegriffen im park oder was aber man weiß halt nicht wie sich diese effekte auswirken ob das jetzt wirklich dauerhaft bleibt und wir hier eine trendumkehr sehen bei der verfolgung der konsumenten oder ja ob das einfach ein corona effekt ist natürlich dürfte jetzt zunehmend auch die ganze politische liegeleis debatte irgendwie einfluss darauf haben auf die motivation der polizei da kommen wir zum thema cbd noch mal ich habe ja letzte woche hier berichtet von den beiden urteilen ein glatter freispruch in berlin wo die richter gesagt haben cbd blüten sind legal kann man sich nicht mit berauschen und damit auch dem bgh gewissermaßen widersprochen hat aber eine verfahrenseinstellung mit gegen geldzahlung im fall von tobi peach von hanfna also ganz anderes urteil und da sind jetzt mehr details bekannt geworden und eins davon möchte ich euch hier mal vorstellen weil ich das noch nie gemacht habe hier in den news war da noch nie thema nämlich hanfna hatte auch cbd hasch im sortiment also nicht nur blüten sondern auch haschisch das aus thc armen aber cbd reichen blüten produziert worden ist damit kann man sich genauso wenig berauschen ja aber das ist trotzdem ein wichtiger unterschied schauen wir also mal in anlage 1 betäubungsmittel gesetz cannabis ist grundsätzlich verboten alles was in anlage 1 steht ist verboten das ist der sinn von anlage 1 und da sind dann im unter dem stichwort cannabis die ausnahmen für nutzern bis zu 0,2 prozent thc enthalten und das ist ein bisschen unklar formuliert und praktisch diese formulierung in anlage 1 ist gegenstand sämtlicher gerichtsverfahren wegen cbd blüten wo es eben um verstoß gegen btmg geht insbesondere um die frage ob man sich damit berauschen kann oder nicht aber genau genommen gibt es zwei einträge auf dieser liste mit bezug auf cannabis der erste bezieht sich auf hanfblüten und pflanzenteile da sind die ausnahmen für nutzern eingefügt der zweite eintrag in der liste bezieht sich noch mal zusätzlich ganz konkret auf haschisch das eben mit diesem eintrag auf die liste auch verboten ist also das abgesonderte harz der pflanze schreiben die da rein und da ist keine ausnahme für nutzern vorgesehen das heißt dieses ganze thema was graubereich ist noch irgendwie oder gerichte auch unterschiedlich interpretieren bezieht sich nur auf die blüten nicht aber auf cbd hasch das ist ziemlich eindeutig illegal nach aktueller rechtslage und bei den blüten kann man sich offensichtlich darüber streiten da sind sich die gerichte ja selber nicht einig sinn macht die verfolgung bei beiden produkten nicht man kann sich mit beiden nicht berauschen btmg sollte überhaupt nichts mit nutzern zu tun haben das hat da nichts verloren aber im moment ist ebenso die rechtslage dann werfen wir noch einen blick in die niederlande ihr erinnert euch vielleicht noch dunkel daran dass die einen modellversuch machen wollten kommunales modellprojekt so wie hier auch diskutiert wird aber mit einem anderen fokus die niederlande haben ja die coffee shops schon aber keine legale versorgung denn man weiß nicht wo kommt das zeug her ist genauso krimi wie bei uns import großhandel und so weiter halt völlig unreguliert und die wollten ja jetzt mal einen versuch starten das in bestimmten städten angebaut wird legal mit lizenz und allem drum und dran und das dann in den coffee shops vertickt wird was da produziert wird ja und das dauert halt ewig also bis jetzt ist da nichts mit modell da ist nichts losgegangen und das war ursprünglich auch schon für 2020 geplant da sollte schon losgehen mit dem verkauf von den blüten aber das wurde mehrfach verschoben und jetzt aktuell noch mal ganz aktuell neuer verschub sozusagen den die regierung da ankündigt und jetzt wird angepeilt das zweite quartal 2023 solltet dann losgehen es gibt wohl schwierigkeiten da die loggower zu finden und die große große bandbreite an sorten da irgendwie rechtzeitig zur verfügung zu stellen und so das dauert ewig und das ist interessant vor allem für diejenigen die immer hier unter mich schreiben hier das überall wo anders das alles ganz schnell geht mit den mit den liberalisierung bei cannabis und in deutschland dauert das alles ewig und wir sind eine bananenrepublik und so weiter das stimmt nicht ganz ja in anderen ländern dauert das auch manchmal ewig und das gleiche gilt auch für die usa auch da geht quälen langsam vorwärts und da haben viele auch gedacht nachdem dann die demokraten das land enttrumpft hatten dass er jetzt irgendwie schnell vorwärts geht mit legalisierung auf bundesebene auch nicht nur in einzelnen staaten und bisher ist aber im prinzip nichts passiert und jetzt hat diese woche das us-haus also eine von zwei parlamentskammern wir haben ja auch zwei hier in deutschland eine davon hat jetzt die legalisierung von cannabis beschlossen aber nicht zum ersten mal die haben schon mal die legalisierung von cannabis beschlossen und zwar mit genau demselben text mehr oder weniger den sogenannten moore act da gehe ich jetzt gar nicht genau darauf ein was da jetzt genau drin steht ja das macht die sache ja unnötig kompliziert weil damals ist dieses gesetz im senat dann der anderen kammer versandet wo die republikaner klar dominiert hatten damals ja die haben das einfach gar nicht angepackt das thema und liegen lassen und dann war das auch diesmal sind die aussichten nicht besonders groß dass das flott im senat durchgeht da haben sich zwar die mehrheiten ein bisschen geändert die demokratenschema stärker da aber so bisschen wackelig ist das schon die müssen schon irgendwie gucken dass alle am start sind das ist nicht so einfach und außerdem wollen die demokraten da im senat eigentlich lieber ein eigenes richtiges ausführliches legalisierungsgesetz machen weil das andere was jetzt da vom haus beschlossen worden ist überlässt erstmal den staat noch viel an detailregelungen wie die das halt selber machen wollen also das zieht sich da auch wie kaugummi irgendwie und man weiß nicht wohin das führt jedenfalls ist es nicht so wie manche vielleicht jetzt nach den überschriften die woche wieder gedacht haben sagt cannabis jetzt dass usa jetzt fertig sind mit cannabis legalisierung das ist nicht der fall das dauert noch leider die sind jetzt einfach formal gesehen auf jeden fall einfach wieder da wo sie 2020 schon mal waren überall auf der welt ist das thema c nicht nur in deutschland aber wenn ich gerade mal in den usa bin und deutschland gesagt habe ja da hätte ich noch ein paar sachen weil da sind noch ein paar andere themen am laufen die auch für deutschland und unsere detaildebatte hier relevant sind und da komme ich zuerst mal zu diesen midterm wahlen im november da die haben ja mal zwei wahlen einmal präsident und einmal halt parlament und so und in dem zusammenhang finden immer volksabstimmungen statt die haben ja direkte demokratie mit volksabstimmungen in vielen us-staaten jedenfalls nicht in allen was wir in deutschland nicht haben bevor wir da alle schreiben warum machen wir nicht mal eine volksabstimmung geht nicht in deutschland jedenfalls nicht auf bundesebene aber in usa so jetzt kann man davon ausgehen dass die legalisierte weltbevölkerung steigen wird noch dieses jahr und wo genau in welchen us-staaten so eine volksabstimmung stattfinden wird da kämpfen halt gerade die aktivisten drum sammeln unterschriften und so weiter in maryland hat jetzt das parlament selbst entschieden eine volksabstimmung zu machen ohne hat jetzt die leute dafür stundenlang tagelagen unterschriften sammeln müssen sondern die sagen einfach kommen stellen wir zur abstimmung die legalisierung von cannabis und worauf ich jetzt raus will wenn die das annehmen was sehr wahrscheinlich ist weil gute umfragewerte dann wird schnell entkriminalisiert die konsumenten nicht sofort in dem fall wie auch manchmal sondern ganz klar festgelegt am anfang juli 2023 also sieben monate später ungefähr wird dann der besitz von anderthalb unzen cannabis legal sein das ein bisschen über 40 gramm da darf man damit rumlaufen schon mal und die details der legalisierung wie bei uns ja ist klar braucht mehr zeit das kommt dann später bis dann irgendwann mal die shops aufmachen das ist klar das geht nicht so schnell aber dann lässt man schon mal die leute in ruhe und das ist absolut logisch ja macht überhaupt keinen sinn da diese ganzen strafverfahren weiter zu machen die amerikaner machen das regelmäßig so andauernd wenn ich da höre wieder nächste staat legalisiert erst mal konsumenten in ruhe lassen und dann in ruhe gucken was mit den shops macht ja das ist das muss so ja aber in deutschland irgendwie haben sie das noch nicht kapiert nächster punkt die polizeigewerkschaften in deutschland die schüren ja immer die angst dass der legale markt den schwarzmarkt nicht verdrängen wird ja und hat der dann bestehen bleibt und die ganzen kriminellen dann weiter kriminell sind und irgendwie ihr geschäft da einfach weitermachen weil in den legalen läden keiner ist weil da viel zu teuer ist da sind ja steuern drauf sagen die ne das kann gar nicht konkurrieren mit dem schwarzmarkt und dann bringt das alles nichts meinen die wobei sie da völlig bei ausblenden oder einfach verschweigen dass natürlich im illegalen markt die gewinnmargen viel größer sind ja und hat man da ein bisschen luft zum besteuern hat weil bei normalen händlern eben nicht so hohe gewinnmargen sind aber das nur nebenbei wir haben jetzt nämlich konkrete zahlen wo wir hingucken können wir brauchen gar nicht rum spekulieren denn da haben sich forscher angeguckt wie sich das entwickelt hat in den us-staaten die legalisiert haben im vergleich zu denen die nicht legalisiert haben also shops zum verkauf von cannabis oder keine shops und tatsächlich am anfang waren die preise erst mal was hoch weil die mussten erst mal die produktion irgendwie an start kriegen und richtig ausreichend viel produzieren um die nachfrage zu decken man kann ja auch nach wie vor zwischen den us-staaten nicht handeln sondern musste insel lösungen da veranstalten aber das hat sich immer schnell eingepegelt die produktion ist dann angelaufen und die preise sind gesunken zwar auch auf dem schwarzmarkt tatsächlich der schwarzmarkt hat reagiert die preise auch hat gesenkt aber der legale handel konnte da mithalten hat auch was gesenkt und unterm strich kaufen jetzt über 80 prozent der leute oder über 80 prozent des cannabis auf dem markt wird in diesen staaten legal verkauft nicht auf dem schwarzmarkt und da wo das schon länger der fall ist also speziell auch colorado und washington state das waren die ersten us-staaten die shops eröffnet haben da haben wir mittlerweile 90 prozent des marktes der über diese shops läuft und nicht über den schwarzmarkt also die deutschen polizeigewerkschaften müssen sich da ein anderes horrormärchen über die legalisierung aus den fingern saugen ja das hier taugt nicht einfach das ist unsinn der schwarzmarkt wird verdrängt ja und hat mit dem preiskampf ist auch kein problem und mein letztes us-thema befasst sich mit der frage amnestie das haben wir ja auch in deutschland eingebracht hier als forderung nachdem wir eben auch gesehen haben die machen hat regelmäßig in amerika so dass die fälle einfach aus den akten gelöscht werden wenn die nach aktueller rechtslage dann neuerdings legal sind und da haben wir zwei sehr unterschiedliche nachrichten von überm teich eine aus den usa einer aus kanada in kanada gibt es nämlich auch so eine amnestie regelung aber da muss man das selber beantragen das wird nicht irgendwie automatisch gemacht sondern muss da auch eine gebühr zahlen ja dann checken wie ist denn überhaupt mein aktenstatus und wenn dann da so ein fall dabei ist dann wird das eben gelöscht ganz anders in cleveland im us-staat ohio da in der stadt wird gerade diskutiert alleine nur in der einen stadt 4000 fälle automatisch aus den akten zu entfernen in kanada insgesamt seit der legalisierung jetzt seit drei jahren waren nur 500 fälle überhaupt die das mit dem antragsverfahren gemacht haben und so weiter ja und hat cleveland sagt jetzt acht mal so viele fälle machen wir automatisch da weg ja das ist schon erstaunlicher unterschied und da darf man gespannt sein wie dat in deutschland dann läuft wenn wir das durchkriegen mit der amnestie und am ende wird wahrscheinlich ganz einfach die praktische frage entscheiden wie ist die digitalisierung fortgeschritten ja in den behörden kann man das überhaupt einfach so rausfinden wer da betroffen ist und wer nicht ich fürchte in deutschland nicht ja da muss man irgendwelche papierberge wälzen und das wird kompliziert kommen wir zu den terminen oder sagen wir mal zur ortsgruppen abteilung hier ja da habe ich nämlich auch noch zwei vor gruppen bevor es losgeht mit den terminen nämlich erstens der hinweis dass die ortsgruppe in braunschweig derzeit für einen interaktiven infostand leute sucht die per audio datei ihre meinung oder ihre erfahrung mit repression und cannabis irgendwie denen aufsprechen die spielen das dann ab am stand und dann ist der multimedial großartig ja multimedialer dhv infostand habe ich gehört macht da mit schreibt den eure oder schickt quatsch den eure erfahrung aufs band und schickt den dat link dazu in der video beschreibung unter termine ebenso ein link zu einem interview mit stefan ostermann der ist nämlich gerade dabei eine dhv ortsgruppe in thüringen für das ganze bundesland gleich eine ortsgruppe aufzubauen da gibt es bisher keine und ja schönes interview schönes thüringen wenn ihr thüringer lege leiser seid geht zum handverband das ganze bundesland ist ortsgruppe ihr könnt ihr also jetzt sofort mitspielen und online geht es los mit der gründungsversammlung die gleich in den terminen kommt wir haben hier oldenburg kein offenes online treffen am 10 april dann kommt schon das gründungstreffen in thüringen dienstag 12 april hamburg dhv stammtisch 14 april donnerstag samstag 16 april darmstadt trifft sich die ortsgruppe in oldenburg 17 april online hanf schnack sonntags dann dienstag heidelberg 19 offener hanftisch der ortsgruppe genauso selbes datum 19 in hamburg klönschnack dann haben wir 20.04 erst mal die demo in berlin also habe ich ja am anfang schon erzählt ja kommt nach berlin und stellt euch vor die spd zentral und so und wir haben den livestream abends dann ab 19 uhr eine stunde mit mir und der vergangenheit des handverbands die letzten 20 jahre und in braunschweig gibt es noch einen infostand am 20.04 dann geht es weiter oldenburg 24.04 offenes online treffen der ortsgruppe dann nochmal oldenburg 26.04 gleich zwei tage später noch ein stammtisch der ortsgruppe und hamburg da trifft sich die ortsgruppe am 28 april donnerstags infostände nächsten zwei wochen gibt es auch noch regensburg zweimal freiburg viermal leer heidelberg oldenburg halle überall dhv infostände wunderbar geht wieder los frühling dhv auf der straße perfekt nochmal der hinweis in der weiteren verlängerung dieser terminliste kommen dann die global marihuana marches anfang mai 7 mai insbesondere guckt auf gmm-deutschland.de und geht auf die straße das war's für heute ich wünsche mir dass ihr dieses video liked teilt natürlich auch in sozialen netzwerken und tralala reibt es euren freunden unter die nase und eurer oma und abonniert diesen kanal aktiviert die glocke damit ihr beglockt werdet wenn hier neue videos online gehen und damit wünsche euch noch einen schönen tag und einen großamen abend das war's für heute down 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 dann d